Hallo YouTube, ich bin's, euer Tudutu und neben mir sitzt wieder der Mats hier. Und im Hintergrund der Flo. Ja, der ist auch wieder dabei, der Deppi hier. Yay! Der Depp. Wart ein Depp. Ähm, okay. Ich spiele nicht, ich lache nur aus, falls die beiden schreien sollen. Wir schreien nie, wir sind Männer. Äh, das wird gelöscht, falls ich nachher schreie. Okay, wir zocken heute eine Runde SCP Continent Breach. Man habe uns gesagt, es sei für Fortgeschrittene. Die kleine Schwierigkeit daran ist, nicht einer von uns beiden zockt das, sondern wir beide. In dem Fall kriegt der Mats die Maus und ich krieg WRSD. Ja, und ich werde umgeboxt, wenn ich was falsch mache. Richtig, und andersrum. Also Kollege, hau raus. New Game. Ich glaub, das Intro können wir uns sparen. Äh, einfach starten. Äh, ja, warte, warte, mach mal Name hier. Ähm, lol. Äh, nee, Enable Intro Sequence, bitte hör mal aus. Nicht das, na, weiter unten, weiter unten, na, 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 na. Genau, start. Start. Ich hab Angst. Ha, ha. Ha, ha. Ich kann mal dazu sagen, selbst ich als Zuschauer ja eigentlich gerade bin... Hat jetzt schon Angst, der Typ. ...bin schon etwas aufgeregt. Woher geht's? Da? Nein, falsche Richtung. Dreh dich, dreh dich. Bitte lass uns an die Wand stellen und warten bis das Spiel vorbei ist. Was ist das? Wow Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass ich das beste Gamer Laptop ever habe Weswegen hier auch gerade 13 Frames und so Tut mir leid Komm, mach auf Kann man irgendwas kaputt ploppen hier? Nein, jetzt nur der andere Knopf Ich will mich nicht hier einsperren Gucken wir mal, ob da irgendwas ist Versuch mal die Tür wieder zuzumachen Weil dann taucht das komische Viech als erstes auf Kommt ihr doch nicht, oder? Das Viech teleportiert sich zwar, aber Du weißt, wie das geht mit dem Angucken und so? Was? Du weißt, wie das... Du darfst mal nicht angucken Nein, wenn man es nicht anguckt, dann teleportiert es sich Wenn man es anguckt, teleportiert es sich nicht Ach, das ist... Ja, okay Ja, wobei... Nee, so genau will ich das... Kenne ich, glaube ich, von PewDie oder so Das würde ich gar nicht so spezifizieren, das würde ich nicht sagen Das würde ich nicht sagen, das ist unbedingt richtig Oh, mein Bildschirm! Oh, ihr seid direkt in dem Raum! Aber auf dem Bildschirm ist niemand Das ist ein gutes Zeichen Halsche Rechnung, voll Idiot Ich wollte nur mal gucken, ob da irgendwas ist Guck nochmal auf dem Bildschirm, oder? Mach, mach die Tür zu Mach die Tür zu Sicher? Ja, sicher Bildschirm? Na, geht doch Er war abgesehen davon, die Kamera scheint nicht zu funktionieren Ist da jemand? Zitter, zitter, zitter Junge, chill mal dein Leben So, mach die Tür auf Jetzt! Siehst du, jetzt ist die Kamera nämlich an Was? Aber da ist trotzdem niemand Kann jemand was klicken? Hab ich mich jetzt vergast? Ne, wir haben die Tür aufgemacht Nein, doch nicht Die? Warte, da Ja, jetzt aber Erst mit den 15 Frames ist jetzt nicht gerade hilfreich Die Tür schließt sich an der Zeit wieder Sie will uns da nicht drin haben Deswegen steht doch auch das Caution-Tür darüber Deswegen, die Tür schließen ist so gesehen verboten Ich glaube, es ist einfach geradeaus und, ähm Was war das? Faces, meinst du? Ne Oh, komisch, normalerweise ist das da, wenn man... Ist das auf jeden Fall eine Stelle, wo ein YouTuber mit dem Viech in die Tür kommt? Äh, David, ja Oh, entschuldige Also, der sollte es vielleicht wieder an den Ringdrucker Nein, ich will aber nicht hingucken Ah Wie muss ich den drücken? Nein, so zieh die Tür jetzt Ich würde wegrennen Wegrennen, da, hier in die Richtung Was, 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 hä? Regere ich mal um Hallo? Schwarzes Loch? Ne, das war nur... Böses Loch? Schreck Todes Loch? Das ist, glaube ich, nichts, das ist nur die Wand, das ist schwarz geworden Hm Glaub ich nicht Nehm es mir nicht übel, ich bin nicht so richtig überzeugt Hier läuft eh alles irgendwie rum und... Oh, entschuldigung Ja, wir sind... Ich freue mich wieder Ja, Mats ist total gefesselt Mats starrt drauf, David guckt an ihn, guckt halt, hauptsächlich weg und... Da war Blut Was? Ja, genau, da ist Blut Kann man sich bücken? Bück dich Bück dich Bück dich, bück dich hoch Hau raus Na, der Flo, der freut sich aber auch schon hier Der Deppi Ja, komm, David guck hinten, also selbst ich als Zuschauer guck hinten und hab schon mehr Herz klappen, man Klappen hier Ja, ich äh... Herz, Kaspar Herz, Klappen Kaspar Hä? Hallo? Kommen wir nicht... Kommen wir von da? Nein, nein Die hier geht irgendwie nicht auf Die, die musst du... Wow! Hardstyle! Äh, Hardcore Ähm, okay, dann nehmen wir eine andere Tür, würde ich mal sagen, ne? Telefon! Das lenkt mich beim Spielen nicht ab Also, ich lenke mich... Was? Also, jetzt umdrehen, da, Herr Karpier, da will ich vielleicht jetzt schon nicht Ja, ja, hier müssen wir eigentlich, ja Oder halt rechts, je nachdem, das soll ich scheiße Ich will nicht Komm, voraus Oh nein Nein! Nein, das sieht... Schlimm aus Das Büro Da müsst ihr irgendwo diese Sicherheitskarte finden, ne? Es ist viel Platz Hier war ganz viel Komm, nimm Mehr ist hin Darum ist das Oh... Ja, aber kann man nicht nehmen Nein, nein Warte Das kann man, das kann man... Warum? Deswegen, also was du jetzt hier auf jeden Fall befinden wirst, ist diese Sicherheitskarte Ich nehm trotzdem alles mit Die Schlüsselkarte Alles, was geht Also, ihr habt einen begrenztes Inventar, magst du so? Alles, was man als Wammel benutzen kann, wie Papier, da kann man sich dran schneiden Wie kommt man ins Inventar? I? Keine Ahnung Möglicher E, I, irgendwie sowas Tab, oder was weiß ich Ahhhh Wir sind schon voll Klick mal auf den Navigator Was der macht Oh Mach mal Hallo? Oh, wir haben nicht viel Battery Klick mal weg Kunt connect to map database Hm Nicht überzeugend Gasmasken auf Ja, den brauchen wir jetzt im Moment nicht So, wir brauchen jetzt mal nicht So, wir brauchen jetzt mal ein Dokument lesen, mal soll ich die rauskicken hier Ja, könnt ihr gleich rauspacken Da, ja Ja, ja Ja, das ist ja, der soll nochmal Kick mal raus, mal Ja, die brauchen wir jetzt mal Ja, die brauchen wir jetzt mal Das nennt man Großraumbüro Ich hab schon Denk mal, die Kloß werden nicht direkt im Büroraum selbst sein SPC, äh, SCP Vielleicht mögen die das ja, wenn es stinkt So, geh weiter Sonst wird er verlangt Außerdem hab ich jetzt auch schon ein kleines Schleck in der Hose Nein, so kann man ja noch nicht sehen Ne, bräuchte ich Ich wollte gerade sagen, ja Non-Navigator-Pro Oder gibt's dann Batterie, wenn man den nochmal nimmt Schade Yeah, 20 Frames, nicht zu viel G-Seite G-Seite Aber es läuft ja Noch ne Karte Äh, Inventar Ist die, glaub ich, dieselbe noch Ja, soll man Ja, ansonsten Level 2 Keycard Und warte, mach mal weg einmal Das ist auch Level 2 Oh, Level 2, dann ist egal Ja, das ist ja, das ist ja zuweilsgenerierte Welt Die Frage ist, also das, äh, sonst wird das haben wir keinen Sinn machen, dass er uns zwei Büroräume hintereinander packt Und schau mir wieder raus Da oben ist niemand Ja, warte, die Kamera ist aber nicht durchgeschwenkt durch den Raum Okay, jetzt niemand Cool, ich habe ja noch keinerlei Kontakt Pst, sag's ihm noch nicht Schlech, 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 Schlech Die Frage ist, ob hier irgendwo ein Schalter ist. Nee, eben nicht. Wir müssen das machen. Sind wir weg? Das war die doge Gase-Aufgabe. Das ist schrecklich, das sieht man so exaktiert. Hä? Oben, über uns, hier was. Da ist die Kamera. Hä? Wir sind jetzt in einem Raum gefangen. Was ist das da für ein Schacht oder so? Nee, ne? Bringt auch nichts, oder? Nee. Doch, da kommt jetzt die Kine. Ja, Standard. Nee, ich kann absichtlich blinzeln. Ernsthaft? Ja, mit Leertaste. Cool. Geht. Hä, was ist das für ein Scheiß? Ja, hustet doch nur. Raucherlunge. Hä? Das ist, weil wir in dem Gras drinstehen. Hä? Wir sind jetzt echt hier gefangen? Ja, das ist auch so. Ja, weil normalerweise ist es eigentlich so, dass das Fisch da drinsteht. Das heißt, entweder rennt man durch, oder wenn man drin gefangen bleibt, ist man den Fisch aus dem Fall. Ja, aber das Fisch ist nicht hier drin. Also sind wir. Also fröhlich ist wie der Corona anfangen. Na... Oh Gott, warum? Jaaaa, ok. Let's save my quit. Ok. Das war jetzt eine sehr erfolgreiche erste Runde. Warte, was gibt's denn hier so unter Optionen? Es gibt hier coole Sachen. Ne, ich glaube nicht. Wohl nicht. Nein, ich bin kein letztes Mal ummächtig geworden. Ne, ich bin auch nicht ummächtig geworden. Ihr habt das Viecher nie mit gesehen. Dafür war ein Büroraum. Das ist viel schlimmer. Ohne Scheiß, Büroraumer gehen wir gar nicht. Ja, das war vom Finanzamt. Das wird immer schlimmer da. Habe ich gerade Räumer gesagt? Ja klar, Büroräumer. Büroräumer gibt es auch, das ist aber nicht witzig. Okay, wir versuchen es in einem Anlauf 2 nochmal. Danke fürs Zugucken und bis demnächst mal.